Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es geht ja schon wieder von vorne los zum Sonntag. Nasse Schneeflocken bis in tiefe Lagen und nächste Woche Montag bis Ostersonntag quasi jeden Morgen irgendwo Frost bei uns in Deutschland. Da ist Scheibenkratzen angesagt. Der Winter, er kommt nochmal zurück. Und da dachte man eigentlich quasi schon heute, es kann nicht noch schlimmer kommen. Schauer, Gewitter, Starkregen, Sturmböen, Orkanböen hat es auch schon gegeben. Und jetzt kommt der Winter nochmal zurück. Man hat vielleicht gehofft, es geht irgendwann mal nach oben, aber irgendwie geht es im Fahrschuh momentan mit dem Wetter zumindest immer nur nach unten. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Wir schauen erst mal auf die Spitzenböen am heutigen Freitag und die können sich sehen lassen. Wie gesagt, es gab sogar schon Orkanböen auf dem Feldberg im Schwarzwald. Nicht zu verachten, knapp über 150 Kilometer pro Stunde. Heute die Spitzenböen, das ist wirklich ordentlich. Das Weinbiet im Pfälzer Wald 92 Kilometer pro Stunde. Lindau 77 Kilometer pro Stunde. Und auf der Wasserkuppe knapp 71 Kilometer pro Stunde. Jetzt zum Nachmittag zieht nochmal ein Sturmfeld vorüber. Hier nochmal zum Teil Sturmböen bis in tiefe Lagen. Schwere Sturmböen bis Orkanalgeböen in den höheren Lagen. Aufpassen, da können Äste abbrechen, Bäume umstürzen. Hier und da kann es vor allen Dingen in den höheren Lagen zu Behinderungen kommen. Ja und mit dem Sturm und dem Wind kommt auch viel Regen mit. Das sind die Regensummen bis zum Sonntagabend. Besonders hier im Stau der westdeutschen Mittelgebirge. 40 bis 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das bis Sonntagabend. Da kann man sich natürlich ausrechnen, was das heißt. Die Flusspegel steigen deutlich an. Das hier, das rosa, da ist die Prognose der Mosel bei Trier. Momentan so knapp um die vier Meter. Und das Ganze soll ansteigen fast auf sechs Meter bis zum Sonntagabend. Und das wäre schon die Hochwassermeldemarke. Also aufgepasst am Wochenende an kleinen Bächen und Flüssen. Die Pegel können deutlich ansteigen. Und vielleicht kommt es hier und da auch zu leichten Überschwemmungen. Und dazu heute Nachmittag viel Wind. Besonders hier im äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen, von Rheinland-Pfalz, in Saarland, in Hessen teilweise, in Baden-Württemberg und in Bayern. Da zieht jetzt aktuell ein Sturmfeld vorüber. Nochmal Sturmböen in Tiefenlagen und zum Teil orkanartige Böen in den Hochlagen. Deswegen aufpassen, wer dort heute Nachmittag in den Hochlagen unterwegs ist. Der Wind und der Sturm ist ziemlich ruppig. Ja und dazu auch sehr viele Wolken, immer wieder Regen. Das Tief Markus kommt, das liegt heute Mittag, heute Nachmittag hier mit seinem Zentrum über dem Ärmelkanal. Und das schiebt uns Regenwolken ins Land, zum Teil mit Blitz und Donner. Graupel ist da auch mit dabei. Das volle Programm, viel Wind. Und wir gucken nochmal hin hier. Das Tief zieht bis Samstag Nachmittag ein bisschen weiter Richtung Deutschland. Heißt aber auch, es bleibt mit seinen Regenwolken immer hier im Westen liegen. Und deswegen kommen eben diese hohen Regensummen zusammen. Und deswegen besteht hier im Westen die Gefahr von steigenden Flusspegeln. Die sollte man auch gut im Auge behalten. Der Blick auf das Wetter in der kommenden Nacht zum Samstag. Viele Wolken, wie gesagt Regen. Noch ein paar abziehende kurze Gewitter sind hier im Südosten mit dabei. Die Temperaturen gehen auf sieben bis drei Grad zurück. Es ist noch weit verbreitet frostfrei. Morgen am Samstag liegt Tiefen Markus genau über unseren Köpfen berieselt uns. Besonders hier im Westen und im Südwesten. Da kommt also nochmal einiges an Regen vom Himmel runter. Die Sonne macht sich rar und die Temperaturen erreichen bis zu vier Grad im Nordosten. Und um die elf Grad messen wir im süddeutschen Raum. Der Palmsonntag bringt nach Norden zunächst Sonnenschein. Im Süden mehr Wolken, hier ist es grau und trüb. Und später zieht hier aus Osten Niederschlag auf. Zum Teil nasse Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Vielleicht wird es hier und da nochmal weiß werden. Besonders oberhalb von 400, 500 Metern vorübergehend. Die Temperaturen plus fünf bis plus zehn Grad. Es bleibt recht kühl. Und nach einer frostigen Nacht zum Montag bringt auch der Montag wahrlich keine Luftsprünge. Beide Temperaturen plus fünf bis plus zehn Grad. Verbreitet freundlich nach Osten und Südosten auch ein paar Wolken. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Am Dienstag relativ ähnlich Temperaturen so um die plus sechs bis plus elf Grad. Im Norden und Osten ziehen Wolken vorüber. Dort hat es die Sonne deutlich schwerer. Nach Südwesten dagegen, da kommt zeitweise die Sonne raus. Es bleibt aber wie gesagt ziemlich frisch für einen 4. April. Und wir schauen weiter auf den Mittwoch. Auch der sehr durchwachsen. Im Nordosten kommen im Tagesverlauf neue Regenfälle auf. Das Ganze geht später in der Nacht zum Donnerstag in Schneeregen und Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen gerade mal plus vier Grad im Osten und im Nordosten bis zu plus elf Grad im Südwesten des Landes. Und der grünen Donnerstag bringt Aprilwetter vom feinsten Temperaturen nur noch plus fünf bis plus acht Grad. Das höchste der Gefühle. Mittendrin immer wieder einzelne Graupelschauer, Schneeregenschauer. Vor allen Dingen in höheren Lagen kann es Schnee geben und auch noch mal weiß werden. Viel Wind ist zeitweise auch mit dabei. Und der Blick noch Richtung Karfreitag. Naja, leicht durchwachsen im Norden. So ein paar Schneeregenschauer, Graupelschauer. In der Landesmitte auch mal Sonnenschein, acht bis 14 Grad. Zum Karsamstag überwiegend trocken. Im Norden mehr Wolken als im Süden, sieben bis 13 Grad. Und der spannende Blick auf den Ostersonntag. Sieht gar nicht mal so übel aus. Ein paar Wolken hier und da im Westen. Nach Osten zeitweise Sonnenschein. Im Norden ein bisschen dichter bewölkt, aber mild acht bis 16 Grad zumindest. Da könnten wir also zum Ostersonntag die 15 Grad Marke knacken. Und vor allen Dingen, es sieht trocken aus zum Ostersonntag. Das ist doch mal ein ganz schöner aktueller Trend. Kann sich aber noch mal ändern. Denn bis Ostersonntag ist ja noch ein klein wenig Zeit. Ja und das europäische Wettermodell haut tatsächlich am kommenden Sonntag, am Palmsonntag, am 2. April nochmal eine Schneedecke raus. Und zwar von Berlin, Brandenburg bis nach Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt könnte es besonders in höheren Lagen weiß werden. 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee. Wir wissen das ja schon. Die Europäer übertreiben gerne mal mit ihren Schneemengen. Das hier ist die Schneehöhe ebenfalls für den späten Sonntag, Nachmittag und Abend berechnet vom amerikanischen Wettermodell GFS. Ja und wir sehen, gar nichts. Da bleibt Schnee frei in der Osthelfe. Nochmal zurück kurz. Das wäre die Prognose der Europäer. Und das ist die Prognose für den gleichen Termin ungefähr nach dem amerikanischen Wettermodell. Demnach überhaupt kein Schnee. Dagegen kommt aber ab Montag dieser neue Kältebatzen. Ein Kälteei wabbelt hier rein. Minus 11 bis minus 12 Grad im Osten des Landes. Hätten wir diese kalte Luftmasse im Januar oder Anfang Februar, hätte es hier unten Dauerfrost gegeben am Tag. Da wäre die Temperatur gar nicht mehr nur gerade hinausgekommen. Aber jetzt haben wir eben schon April und da bleibt es eben unten immer noch deutlich milder. Aber die Nächte, die fallen richtig frisch aus. Wir schauen mal hier auf alle Nächte bis zum Ostersonntagmorgen. Die Frühtemperaturen jeweils am Montagmorgen. Frostfrei hier am Rhein und seinen Nebenflüssen. Plus 1, plus 2 Grad an der Nordsee, an der Ostsee. Ansonsten 0 bis minus 3 Grad. Und hier in den Alpen drin bis zu minus 9 oder minus 10 Grad. Und jetzt aufgepasst. Wir schauen weiter auf den Dienstag. Und zack, wird es richtig kalt hier in den Alpen. Überschnee bis zu minus 15 Grad. Ansonsten minus 1 bis minus 5 Grad. In den höheren Lagen der Mittelgebäude bis zu minus 7 Grad. Nur am Rhein leichte Temperaturen über 0 Grad. Und auch der Mittwochmorgen bringt keine große Wetteränderung. Leichter Frost am frühen Morgen. Das heißt Scheibenkratzen ist da wieder ein Thema. Weit verbreitet bei uns in Deutschland. Und auch am grünen Donnerstagmorgen. Viel Frost nur hier und da. Leichte Plusgraden nach Norden und nach Westen. Und auch der Karfreitag bringt keine große Wetteränderung. Frost am Karfreitagmorgen. Gut, ganz am Morgen liegen die meisten wahrscheinlich noch im Bett. Ist ja ein Feiertag. Aber früh unterwegs um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr. Der wird es merken, es ist draußen ziemlich frisch am Karfreitag. Und auch der Karsamstag, naja, bringt immer noch leichten Frost. Teilweise plus 3 Grad an der Nordsee. Bis zu minus 3 Grad in den Mittelgebirgslagen. Und dann kommt der Ostersonntagmorgen. Und da habe ich zumindest teilweise gute Nachrichten. Nicht überall frieren uns die Eier ein. Es bleibt zum Teil auch bei frostfreien Regionen. Entlang des Rheins, des Mainz. Plus 5 bis plus 8 Grad hier. Am frühen Morgen. Aber ansonsten um die 0 bis 2 Grad. Und hier im süddeutschen Raum, im Süden von Baden-Württemberg und von Bayern. Auch nochmal leichte Minusgrade. Hier muss man die Eier schützen. Sonst gefrieren sie vielleicht ein. Gut, die Schoko-Eier werden ein bisschen hart. Und die anderen Eier, denen macht es wahrscheinlich auch nicht wirklich viel aus. Ja, und das Wetter am Ostersonntag. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der aktuelle Trend, frisch berechnet vom amerikanischen GFS-Modell. Wir sehen so ein paar Wolken hier im Osten, ein paar Wolken hier in Landesmitte. Aber nach Norden hin, nach Nordwesten, teilweise auch im Südwesten, da lockert es auch mal auf. Da scheint die Sonne zwar nicht wirklich warm, aber immerhin, es könnte ein freundliches Osterfest werden. Die Eier werden nicht nass, nur ein bisschen kalt am frühen Morgen, aber ansonsten immer wieder würde sich demnach auch mal die Sonne blicken lassen. Damit kann man doch eigentlich leben nach dem Wetterwirrwarr der vergangenen Tage. Noch kurz der Blick auf die Ensemble-Prognose bis zum 15. April, also bis zum Ende der 1. April-Hälfte. Und auch da müssen wir leider warten. Also wer da auf Wärme wartet, 15 bis 20 Grad dauerhaft, dem muss ich enttäuschen. Wir schauen hier auf die rote Linie. Das ist das Mittel aus allen Berechnungen. Das bleibt auch nach hinten raus, um die 10 bis 11 Grad. Mehr wird nicht berechnet. Es gibt zwar ein paar Ausreißer Richtung 15-Grad-Marke, aber das sind nun mal die Ausreißer. Und immerhin, die Niederschläge lassen etwas nach. Da gab es ja sehr viel Niederschlag im März. Der März brachte deutlich mehr Regen, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Laut dem Klimamittel. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier tut sich nicht wirklich viel. Zum Wochenende kühl 5 bis 7 Grad. Das höchste der Gefühle Richtung Ostern bis zu 10, 11 Grad. Und auch danach wird es nicht merklich wärmer. Einzelne Ausreißer bei über 20 Grad. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, es sind nur die Ausreißer. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier eine gleiche Wetterentwicklung. Zunächst kühl am Wochenende, Palmsonntag. Danach meist zu 5 bis 8 Grad. Zu Ostern bis zu 10 Grad. Danach 10, 11, 12 Grad. Aber auch hier nur einzelne Ausreißer mal Richtung 20 Grad unterwegs. Und der Blick in die Landesmitte hinein. Auch hier keine neuen Erkenntnisse. Erstmal kühler Richtung kommendes Wochenende. Vor allem jetzt am Sonntag. Und danach nächste Woche 5 bis 7 Grad. Richtung Ostern 7 bis 8 oder 9 Grad. Und nach hinten raus auch nur maximal 10, 11, 12 Grad. Einzelne Ausreißer bei bis zu 20 oder teilweise 21 Grad. Und zum Schluss noch der Blick nach Süddeutschland. Auch hier, es geht unterkühlt weiter. Die erste Aprilhälfte will gar nicht so richtig warm werden. Ab Palmsonntag Temperaturen im Süden um die 5 Grad. Bis Ostern bis zu 10 Grad ansteigen. Und ein paar Ausreißer gibt es auch hier Richtung 20, 21 Grad. Es sind aber eben immer nur die Ausreißer. Und die Niederschlagsmengen sind etwas reduziert worden. Also sehr spannend geht es weiter. Heute viel los beim Wetter. Viele Schauer, viele Gewitter. Wie immer natürlich, es wird nicht jeden treffen. Da werden aber wieder viele rumnörgeln. Bei mir gab es überhaupt keinen Schauer. Ich habe kein Wasser im Keller stehen. Na ja, ist das halt eben so. Seid doch froh, wenn euch das Gewitter verschont. Mit dem Starkregen und den Sturmböen. Ansonsten deutlich kühler nächste Woche in den Nächten. Nochmal Frost ein Thema. Da ist morgens Scheibenkratzen angesagt. Und mit etwas Glück dann der Trend zum Ostersonntag trocken. Und zeitweise scheint sogar mal an Ostern längere Zeit vielleicht sogar die Sonne. Tschüss, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens Montag wieder. Und vielleicht auch mal am Wochenende mal schauen, was das Wetter so hergibt. Tschüss, bis bald.